hallo und herzlich willkommen wieder bei immer wie barbecue es ist wieder kalt geworden was machen wir da schönes ein heuhähnchen die zutaten liegen hier kommt mit ich zeige es euch nach dem intro geht es los so das sind schon unsere zutaten es ist nicht viel wir haben ein super leckeres hähnchen als gewürz nehme ich das chicken run vom beef buddy das gibt es leider nicht mehr aber ich habe noch eine dose gehabt hurra gut sehr dank das weitere nehmen wir ein schönes bier von unserer guten brauerei und zwar nehmen wir diesmal das helle und ein bisschen wiesenheu vom tierhandel das ganze machen wir im dutch ofen und das ganze kommt dann auf den so gambo der heizt schon auf wir brauchen so 200 22 grad damit es gut wird also wir legen jetzt los so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020